Na, war ne Nummer alles. Sieben von zehn Fragen richtig, naja, nein. Ähm... Ne, aber es sind tatsächlich noch ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Weil das... Gestern? War es gestern? Ich glaube, das war gestern. Oder gestern, was passiert ist. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Bin auch sehr gespannt. Na komm. Vollständig heruntergeladen, das hört sich gut an. Dankeschön. Okay. Und das Brede würde mir alles gut. Okay. Vollt herre. Vollt herre. Ja, sofort. Das Event-Tech-Duell-Turnier ist vorbei. Nein. Nein. Kisssei beschlossen. Fynn ist aber Außer titt. Ja, ich komme davon erwarten, alles zu sehen Jack. nur in diesem event okay halt stop das gibt es zum fünften neunten also das ist in sechs tagen 280.000 uhr ok du bist auch irgendwie eine finstere auserwählte wie karlin ist jetzt nur derjenige der jack vom thron gestoßen ist ich hasse dich dafür es ist deine schuld dass jack nicht länger der könig ist dass du ein auserwählter bist mein ewiger feind mit mich zu besprechen ich werde dich für die finsteren auserwählten besiegen und für jack und jack und ich werden gemeinsam die unterwelt regieren ok müssen wir wirklich kämpfen warum lese ich eigentlich vor egal natürlich ist der erfüllung bereitet dich darauf vor zu verlieren außerwählter ich höre das level dann nicht regnet desto besser sind sie so kann nur leider gerade gegen in level 10a kämpfen ich mache den fessel zuhören ja Da kommt sie auf. Wer ein Feind über einem Fluch leben kann? Ich bin ein Blutgeist. Ich bin ein Blutgeist. Ich bin ein Blutgeist. Das Wandel ist, dass die natürlich nicht so krass sind, die jetzt Level 20er, Level 30er, Level 40er, Level 50er haben wir auch schon. Das war das, was wir noch nicht gewartet haben. Okay, da ist nichts. Dann kann ich nicht weiter darauf verzichten. Ich muss noch schneiden. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Aber mal gucken, eine Folge habe ich glaube ich noch für Sonntag. Und ja. Um. Okay. Nein. Dann kommst du nichts durch. Anscheinend. Du ich was. Ach komm, was sollst. So. Okay. 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 zu kämpfen und nun am tor du musst dich erinnern wer du bist du bist niemand der anderen weh tut ich weiß das besser als jeder andere tut mir leid ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen das weiß ich was du willst du keine rolle erfüllen hat seine mission als kunstere auserwählte sie wird die auserwählte und karl ist fertig hey das vorlieg bringt nichts wenn ihr wollt könnt ihr könnt ihr euch das ja angucken oder lesen er hat gebunden an der umsterbten ja 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 nein ja ja Das ist voll cool. Das war ja nicht voll. Wieder ein Empfänger-Monster von deiner Hand. Hier eine Karte. Das war ja nicht. Das war ja nicht. Das Feuer ist ja gerade richtig hart. Ah, okay, das ist das, ah. Das ist das, okay. Das finde ich ja mal cool. Das war ja alles. War eine gute Idee heute nochmal zu spielen. Ich glaube ich werde die nächsten Tage heute wieder irgendwie aus spielen. Das feiere ich ja mal übelst. Ich bin jetzt da mit Licht. Ich bin jetzt da mit zwei, haben wir zu. Ich kann jetzt jeden einzelnen von ihnen bei mir fühlen. Es mag schon ein Schattenumring sein, aber ich habe das Licht. Ich habe es nicht gehört. Da sagte ich ja auch zu lesen. Ich habe es nicht gehört. Ich brauche das. Ich habe es nicht gehört. Wie kommt ihr ganz schön häufig? Aber das ist gut. So, pushen wir jetzt das Event ein bisschen. Und dann, ja, mal gucken. So. Ich bin als erster dran. Mal schauen, was ziehen wir im Chicken. Okay. Aber dieses Turbo-Duell gerade, das fand ich immer mega cool. Ich bin als erster dran. Ich bin als erster dran. Ich bin als erster dran. Alles klar, danke André. Danke. Bye bye. Ja ja. Das ist ein Feeder. Das ist ein Feeder. Ja. Ja! Ok Ja gut Gatmation, Gangger, 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 Gatmation, Gatmation. Moment, zurück. 5 Sekunden keine Karten zu verwenden. Zurück, ok. Oder jetzt. Ok, Sortierungshinweite. Wir sind als erster dran. Ok, Gatmation. Das ist Blastend. Ah, schade, das geht nicht. Ich hätte ja klappen können. Ich hätte dort leben sollen. Das wird ein Schuss. Das war ein bisschen verbockt. Ich hätte die Karte als erstes leben sollen. Nicht dran gedacht, dass sie in der Runde liegen muss, bevor man sie aktivieren kann. Soll wir laufen. Da machst du nichts. Oh. 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 und a Hab ich nicht noch irgendwie so ein Z was ich mir gebastelt hab. Das ist gutäubig. Okay, der Deck. Mai Deck. Sorry Deck. Da muss ich mir erst ein neues Deck bauen. Uff. War vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das was ich suche. Ich suche ein Monster. Pflanze. Mensch hab ich da viel. Warum mag ich... Ich muss mal nehmen. Interessant. Wirklich interessant. Das Meme. Okay. Feuergras. Das ist doch ein Scherz. Ich muss mal speichern. Ich kann nicht gesetzt werden. Das Deck soll auch nicht gesetzt werden. Dankeschön. Nachım Hadi. Machs auf die Klette. Buzin. Blazing Rose. Da werden viele Pflanzen dabei sein. Ich hoffe, der Text kommen gleich. Aaaaah. Aaaaah. Ich glaube, ich sage euch, warum ist es? Bist. ja da ja da ok ok 1, 2.. 1, 2.. 1, 2.. 2, 3.. 1, 2, 3.. 2, 3.. Okay. Okay. Ah, ich hab sie kaputt gemacht. und Ich bin bei einer Rosenengel. Blumenzauberin. 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 5 von 13. Mal wechseln. Ähm, ja. Da ist der Winde. Da ist der Winde. Oh, ja. Das ist der Winde. Das ist der Winde. Ja. 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 Ich brauch halt mehr Karten nicht. Papa Mais. Schade. Wir machen dann halt Dunkelsperr, Wind. Kann man schon machen. Das ist viel herbeiruffen. Michael Meister der Barrieren. Asi Stoßbrache. Und verlesse Geria mit ihrem Vertrauen. Und dann spielst du diese Karte aus deiner Hand oder aus deinem Deck als Spezialbeschwerung. Jaaa. Auch nicht. Ach du Geheim. Können wir hier den Wind. Gut, Kopfritter. Ja. Daaa. Halluhallo. Wie gesagt, ich brauche definitiv mehr Pflanzenkarten. Ja, Pflanzenkarten. Den versuchen wir es jetzt einfach. Jetzt machen wir ein paar Packs auf. Jaaa. Sieben Packs. Okay. Komm. Go. So. Keiner Bogen schütze. Das war jetzt. Gib mir Pflanze. Und das sieht nach. Erde aus. Toter Erzfeind. Toter Erzfeind. Toter Erzfeind Verteidiger. Toter Erzfeind Verteidiger. Toter Erzfeind. Das ist ein Meter höchstes Monster. Der Stufe 5 oder höher. Das so als normales Säge. Das wird geschworen werden ohne Tribut anzubieten. Das verbann ist während der Endphase. Okay. großen paladin aber das sieht auch nach erde aus das belassen wir brauchen mehr pflanzen aber egal die kann ich trotzdem dazu ich meine im zweifel kann ich dir auch einfach in meinem anderen deck kurz dazu tun das ist mal zum deck editor gehen das mache ich jetzt so aus dem grund weil ich mir jetzt mal kurz das ist unser gut ich angucke eventuell die aromaten wir haben nämlich noch einiges an platz offen das wäre natürlich genial deswegen lasst uns so machen du kommst da rein jetzt wie wir sehen sonst weil wir gut um die märkte ja auch mal so normal offenbar gehend am ende das ob wir dass wir damit haben können wir sich auch wieder aus Du bist Wasser, du bist Erde, ne, du bist Licht, egal, wir tun euch trotzdem dazu. Scheiße, warum kommt ihr denn bei Monster und Pflanze? Warum kommt ihr denn da? Was kommt ihr jetzt zum nächsten Mal? Da gibt's noch keine selbst keine monstereffekt artikel einmal vor spielzug als du erhältst wähle ein offenes monster auf dem spielfeld ändere seine kampfposition und das ist ja böse gibt es überhaupt eine spezielle pflanze ein 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 Es tut ihm an, auch noch dazu. Einmal. Das war's. Es war's. Du bist immer. Wie ist das? Wie ist das? Das war's für mich. Es ist ein Mann. Es ist ein Mann. Ich bin ein Mann. Oh nein. Nein. Aua. Verdammt verdammt. Hast du nichts. Nichts gezogen. Nichts was man wirklich gebrauchen könnte. I'm going to die. I can't wait. I can't wait. Aua. I can't wait. Das ist mein Geist. Donald Trump. I can't wait. Sooo Das ist alles super, Juhu, ich habe es gewonnen, Juhu So, es ist nicht von der Union-Monster, oh Gott, nein, bitte nicht Nein, bitte nicht Vielleicht ziehe ich ja jetzt Hier Aroma Wo ist es? Oh Du hast es nicht Sie sind 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 Das war's für mich. Toll. Den darf ich nicht legen, wenn er so gerne ich es würde. Das ist belastend. Das ist sehr belastend. Das ist sehr belastend. Ich könnte jetzt auch einfach meinen Brotäuging nehmen. Fahrt zum Drachen nehmen. Nein. Ja, das war klar. Das musste ja passieren. Das musste aber passieren. Der Pferd. Der Pferd. Das war rein. kinder- Ne, komm mal her. Die Füße von der Donner hat es gemacht, wenn wir uns da halt. Oh mein Gott, die Niederkrankt. Check das, die Niederkrankt. 9-2-1-2 So Die sind eigentlich voll gut Also jetzt mal im Ernst Und jetzt habe ich hier einen von 5 Ja genau Und hier mache ich dann noch gleichzeitig Das dauert aber Und Wasser Core Wasser Core ist auch mit einem Einbögelsteck Eieieieiei Ähm Ja aber ich glaube das Team geht auch nicht mehr ganz zu lange Morgen haben wir noch einen helftigen Tag vor mir 10 5 10 10 11 10 12 o Geospeed mach das doch nicht wie wärs wenn du das lässt doch ja 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 Oh nein. Was ist das? Genau. Ah, man kann ja packen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so gut bin. Oh, das ist schon mal. Run! Und jetzt geht's mein Arm! Tja Dankeschön. Sehr gut. Ja, ich sollte definitiv noch mehr Pflanzen hinzufügen. Einfach um die Chance zu erhöhen. Ich mach gleich ein Pflanzendeck. Das ist wahr. Anna-Denis. Thomas-Denis. Oh, ich hab das. Scheuer? Jetzt machen wir da keine Fakten. Oh, er macht Fakten. Oh, er macht irgendwie die Fakten. Hi, Rainbow. Hi, Mr. Zin. Ja Mensch, von der Ewigkeit her, dass du das letzte Mal dabei warst. Das ist auch ein guter Dual-Ansehnung wegen der Kriminellen zu verstehen. Ja komm, da fucken wir jetzt nicht lange. Okay. Na, was geht? Rango Hunter! So, die kommt auf jeden Fall dazu. Wir machen ja gar nicht mit dem ganzen Deck. Wir machen ja jetzt noch mal eine Mission zu schaffen. Ich nehme jetzt einfach dich mit, dich nehme ich auf, dich auch. Ich habe leider nicht so viele Pflanzenkarten, dass ich... Ähm... Das ist was Vernünftiges jetzt gerade hinbekommen. Wobei man würde auf jeden Fall noch was Vernünftiges rauskriegen. So, heute von der Klappenschart getrunken. 5 Minuten zuhause und mich gefällt geil. Scheiße, warum machst du denn noch so was? Das tut auch weh. Wenn du nur ein Monster vom Typ die ganze Hand verlierst, auf die Hand zurückgibst. Außergefallener Rosenengel. Aber verbanne sie, wenn sie dafür verletzt. Also wie gesagt, gerade hauptsächlich, äh... Ach komm, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach nur ein Monster weg. Das wird nicht lange halten, aber ich möchte diese Pflanzen... ...hose, möchte ich es definitiv... ...vorbei haben. Und wenn ich was besseres... ...wenn ich mehr... ...Karten hab, dann kann ich das immer noch... ...aufwerten. Ja, sorry, wenn man die Tappe runterfällt. Weil man abkutscht. Ja, du... Du brauchst dich nicht entschuldigen, kann jeden passieren. Also, mach dir da keine Gedanken. Ich... ...ist auf jeden Fall schlimmeres. Pflanze... ...aufbau. Ja... Ja... ...das geht so was von schief gehen. Der möchte gewinnen, ist wieder abgehört, du möchtest gewinnen. Na guck mal, wie ich über fünf Monster spielen kann. Bei Beschwerden heißt ja, dass ich die aufgeregt legen muss. Warte mal. Wo kommst du denn? Mach mal so ein Hackmap da. Wenn du deinen Gegner aus Kämpfen erhalten hättest, an denen diese Karte beteiligt ist. Als diese Karte kämpft, nicht zerstört wird und du Schaden aus dem Kampf erhalten hast, muss ich keine Karte aufgehen. Okay, okay. Ja Mensch, da wünsche ich dir auf jeden Fall gute, bessere. Ja Mensch? Ja Mensch. Oh, das stimmt. Das waren jetzt zwei. Okay, einen muss ich noch. Ja, belastend. So. Dach an. 4 von 5. Und da muss ich auch noch voll viel machen. Aber Hauptsache den hier noch. Okay, okay, okay. Ich lasse auch noch mal ran. Ich bin jetzt weiter geworden. Ich bin jetzt weiter geworden. Aber diese Aroma-Karten sind eigentlich gar nicht so bad. Aber diese Aroma-Karten sind eigentlich gar nicht so bad. Du hast du schon mit Duel-Karten. Du hast du schon mit dir. Du hast dich. Du hast deine Karten. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Ja ich habe auch noch. Chicher mit 5. Wenn wir die Belastend. So, du machst auf jeden Fall erstmal deine Verteidigung. Aua. Zählte das? Ich glaube nämlich nicht. Ne, hat nicht gezählt. Also ja, es ist genau so wie ich es dachte. War die Klassenfahrt dann wenigstens schön? Oder Erfolgkreis? Keine Ahnung, wie man es in dem Fall nennt. Ich glaube, schön ist schon der Respirierung. In dem Fall. Oh, das wird doch schön. Wo wir jetzt hin? Ja, die ein KZ anfangen, oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sorry, das sollte nicht abgefährten, du meinst jetzt. Das ist halt so typisch. Deswegen, keine Ahnung. Ich bin jetzt in der Halb. Aua. Ich bin jetzt in der Flaschen. Okay. Ich bin jetzt in der Halb. Okay. 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 So, da haben wir jetzt auf jeden Fall gleich unseren nächsten Charakter reingeschaltet. Das war auf jeden Fall das, was uns den Stream erreichen wollte. Eigentlich wollte ich noch bei dem Tag Duell mitmachen. Dann wird nichts draus, weil Occident abgelaufen ist, da haben wir uns aber auch nicht drauf geachtet in den letzten Tagen. Dann kann ich jetzt wieder mein normales Deck nehmen. Ich weiß nicht, solche Missionen mag ich irgendwie gar nicht. Auch wenn es nur logisch ist. Dann stoppt. Und jetzt gib mir mein Deck. Aber erstmal schreit ich jetzt die Skyrim. Konzentrierst du dich auf sein Duell mit Jack in dieser Welt? Dann kommt es nicht raus. Die Gefühl, was er fühlt. Den... Okay. Was ist das? Das Zeichen des blutroten Drachen. Okay, ich bin nochmal weg. Alles klar. Bye, bye. Was heißt denn des Drachen? Oh, das ist schon cool. Aber ich bin nu. Ich bin sicher. Und dann vielleicht auch die Spitze zu schauen. Ich bin so frei. Deckeditor Ich lasse die Karten, die ich gar nicht zulässt, ich habe einfach drin Wir setzen sie Die Aroma Geister nenne ich sie jetzt einfach mal Aber wir können uns ja nochmal das Deck von Akiza anschauen Wiener 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 Keine Ahnung Ich brauche sie jetzt mal so, vielleicht machen wir noch eine halbe Stunde Wiener 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 Das war so belastend, dass ich mir so auf den Sack passen würde. Das war auch schon. Das war diese Ich bin jetzt noch gar nicht mehr. das ist doch wieder oh mein Gott diese kann ist nicht Ich habe den Mund gegestellt, dass ich mein Leben schlafen habe. Ich wohne zu wollen! Ich bin wunderschön, aber die Masch Kampfer und Berneugier. Ich bin wunderschön, aber ich bin auch wiederkuliert. Ich bin schon wiederkuliert. Ich bin schon wiederkuliert. Geятно! Okay. 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 Das ist so cool. All kids. Dankeschön. Das wird jetzt einmal wehtun. Das wird zweimal wehtun. Das wird jetzt zurückgebracht. Dankeschön. Danke. So, it's... So, ich bin so glücklich, das ist da. Ich bin so glücklich. Ich habe das noch nicht gebolten. Ich bin so glücklich. Drei Das war's für mich. Dankeschön. So du da. Die kleinen Obenen haben wir auch. Das sieht richtig nice aus. Okay. Okay. So. Das wird dich erfreit. So. Mach das. Wie du eine kleine Garten. So. 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 Also. So. 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 Daherin kommt die Daherin ist er noch nicht gleich zu haben. Das war's für mich. Hmm... Dankeschön. Ich mag die Melodie immer noch. Ich mag die Wolken. Da, auch gleich. Stimmt. 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 Das ist richtig gut. Für unsere Mission. Stimmt. Eine Frage fand ich noch zu. Oh ja. Ein Heck-Affiliat. Das macht dich nur unwirklich. Du kannst auch nicht. Jetzt machen wir doch nicht gleich. Das macht dich nicht. Unser Armut. Ein bisschen. Ja gut, dann haben wir das auch. Dann machen wir das noch. Dann sind wir als Gruppe 6. Dann machen wir das noch. Hoffentlich. Ja, davon haben wir erstmal genug. Dann machen wir das noch. Vielleicht drüben wir morgen Abend auch nochmal. Ja, wahrscheinlich drüben wir morgen Abend auch mal. Und allen wegen dem Event. Weil. Ja. Ich habe das letzte Mal eventuell nicht gedacht. Hä? 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 Ja. Ich glaube, ich bin jetzt schon mal. Ja. Das... ähm. Wie ist das? Wie ist das? Ja. Wie ist das? Ich würde jetzt einfach mal behaupten wollen, da schadet ihr nicht unbedingt. Aber dann machen wir jetzt... Das hat ja richtig viel gebracht. Ja Mensch. Du willst es also wehren. Du kannst zu einem Tricklein-Event gehen, du wirst verlieren. Schreib mich zurück an, wenn du magst, es wird mein Train enden. Jawoll. Um... Hallo? Oh, du konntest das gar nicht. Oh, du konntest das. Oh, du konntest das. Ja, du konntest das. Ja, du konntest das. Ja, du konntest das. Aufgerundet Krieger. Oh, du konntest das. Oh, du konntest das. Ja, du konntest das. Ja, du konntest das. Ich hab'se. Oh, du konntest das. Oh, du konntest das. Und dann kannst du das. Das war's dann jetzt. Nice. Okay, das war's dann, ich glaube, ja. Oh, das war's dann. Okay, 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 jetzt mal die Reignwissen-Duelle. Ich weiß nicht, dass ich die Karte und die Karte verabschieden habe. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin dein Wettbewerb. Ich bin dein Wettbewerb. Ja. Ich glaube wie weit wir hier sind kommen. 40, ach du Scheiße. Puff. Tja ja, da müssen wir ordentlich tun. Ich bin als erster dran. Ich bin als erster dran. Puff. Ne! Kup! Ja, das ist ja auch so. Das war's für heute. Ja, das ist gut. Es ist kein Problem. Es ist ein Problem. Und dann kann die Beschreibung fertig sein. Ja, da war ich ja nichts mit ihm. Weil ich ja auch nicht verhundenecke. Da gehört sich ja nichts zu tun. Was ist das? Oh, das ist gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Nääää, begraben werden möchte ich nicht. Muss doch nicht sein, oder? Da können wir bestimmt noch mal drüber reden. Okay. Endo-Zoomkorn. Okay. Okay. 6000. That looks so nice also. Okay. Maybe you never saw it too. Oh,Look. I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I-I,I,I-I,I,I,I,I-I,I,I,I,I,I,I,I-I,I,I,I,I,I... That was not a problem. I can't judge myself for the first time. It's not bad, it's not bad. Die Halt. 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 So. Wir machen jetzt mit unserer ... ... gefallenen großen Elb. Die Halt. Die Halt. Die Halt. Die Halt. Die Halt. Wow. Die Halt. Das ging eigentlich ganz einfach. Okay. So. Dann. Die Halt. Die Halt. Dann. Die Halt. Die Halt. Nein, in der Backcountry. Ich bin so gut. Ich bin so gut. I will have to finish the war! Der Abh吸 shows her, hurry! Gehen, Gehen, Gehen warte, was ihr? 's lace? warte, was ich sehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ja ein fetscher Deck, er hat sich belassen lassen. So, dann schneide ich es gleich noch ein bisschen. Hm? Oh my... Okay. Junk-Synchron! Betrida! Bacara! 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 Aber ein bisschen ist das gar nicht so schlecht zu machen jetzt. Bacara! 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 appro system A-Bacara! Bacara! bra! Ba! Die Tunis! Also sehr schick. Ich muss die grad unbedingt weiterspielen. Ich möchte noch viel weiter in dem Event kommen. Ich möchte auf jeden Fall noch... ...Karlis reich halten. Ja, zwei haben wir an. Das ist ja eigentlich... ...zuwann wirklich kommt, dass ich die im Deck behalten. Oh man, nein, wirklich nicht. Ich verspricht jetzt schon wieder nerven zu werden. Ich verspricht jetzt noch einmal einen Wettbewerb. Ein Mann, ich bin das nicht. Ich bin da, Gott. Ich bin auch nervös. Ich bin ein bisschen aufgerüstet, aber ich bin ein bisschen aufgerüstet. 8. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist die Karte in meinem Tag? Oh nein, das ist nicht Oh nein, das kann ich nicht Und wer hat mir zu heilen können Wir hätten sich die ganze Zeit heilen können Aber haben wir nicht gemacht Okay, also lade ich vielleicht noch hoch. Und... Das war's für mich. Ich glaube, ich glaube, es ist ein wenig zu sehen, dass ich es nicht so gut bin. Das war's nicht so gut. Okay. Okay. Warum sollte sie im Kampf nicht beinahe partalten? Was ist das? Was ist das? Dann Heimlaunch nochmal. Dann machen wir noch eine Synco-Beschwörung. Und dann machen wir jetzt noch eine Fusion. Und dann war es das jetzt. Jetzt war es jetzt so was von. Das war ja geil. Das war ja geil. Das war gut. Das war ja geil. Das war ja geil. Das war ja geil. Das war ja geil. Ja. Das war ja geil. Mit dieser Krante gewinnen wir den Kampf der Außerwählten. Wenn du dich dem finsteren Außerwählten anschließt, regierst du als König der Unterwelt. Ich werde an deiner Seite sein. Das ist unsere Zukunft, Jack. Das ist cool. Lass uns nochmal gucken. 2,6 Millionen. Bogen prepotatieren? 1,6 Millionen. 1,6 Millionen Cra renze an. Das ist es für bestimmter fruitszum. Oh-oh. Cool 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 Oh, für die kann ich meinen. Ach du Kacke. Mit der kann ich wieder mein schwarzes Magia-Deck nehmen. Ein schwarzes Magia-Mädchen. Das ist ja cool. Also lasst uns auf jeden Fall noch unsere Matten bearbeiten. Anpassung. Ein NVIDIA. Und. Hä? Das ist überhaupt da glaube ich. Das ist cool nicht, Mann. Das ist cool nicht, Mann. Aber ich würd sagen, das war's jetzt erst mal. Weil ich noch einiges zu tun hab. Und wir Cardi preigeschaltet haben. Das war's nicht. Nach dem ihr Item wollte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall nächstes Mal. Wir spielen auf jeden Fall noch mit. Ähm. Du sagst weiter. Sorry, ich war grad die ganze Zeit an Jack. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es grad den ganzen Zweck gewesen hat. Ähm. Wie gesagt. Wir machen das nächste Mal genau da weiter. Wo wir jetzt aufgehört haben. Und ich bin echt. Überrascht. Wie krass. Ist dieses Spiel Mauser. Am Anfang. Ähm. Als nur. das normale Yu-Gi-Oh! Das normale Yu-Gi-Oh! drin war. Also mit Yu-Gi und so weiter. Hat's nicht. Logischerweise hat's nicht ganz so viele Auswahl gehabt. Aber jetzt. Wo du noch. Ähm. GX. Und 5E drin hast. Ist das schon. Noch ne ganze Spur krasser. Die Tag Team Duelle. Die wir letztens. Es hatten. Die waren auch super. Ähm. Ja. Ich würde jetzt erstmal sagen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ähm. Morgen wird hier noch ein bisschen weitergearbeitet an der Baustelle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.